Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die 2, together mit Mrs. Enrage! Booy! Haha, total episch! Es geht los mit Staffel 2 quasi, in Verkehr blockiert, was sich sehr merkwürdig anhört. Oh, Tag 1, Outtake. Das kann aber auch nur an meinem sehr perversen Gedanken liegen. Sag mal mir zumindest nach. Ach was, ich sag dir dann vor. Ah. Warum hab ich jetzt keine Fallen mehr in der Leis? Weil die das, die haben das echt ganz merkwürdig geregelt. Ich hab das so lange nicht mehr gezogen, dass du gar nicht mehr welche Waffen ich benutzt hab. Oh Gott, wirklich? Ich auch nicht. Die oben mit diesem komischen Medaillending dran, sind das die Verbesserten? Ja, die haben Unikate schon. Wenn die so ein Schild haben, dann haben die schon ein Unikat. Also, an die Zwerge soll sich zumindest erinnern, so halt bis so auch noch nicht. Ja, ich guck mal, oh Gott, warum ich jetzt hier die Fall nehmen, damit ich gut rankomme. Ähm, mal gucken, vielleicht krieg ich es noch hin, euch so zu, äh, mich so zu verklickern, was alles hier mit reinkommt. Ich glaub, hier war der Steinstab, der Pfeilespucker und, ähm, das Trinket Geisterkug ist hier mit reingekommen. Die neuen Gegner... Was, wo, wo ist denn das Ding hier? Geisterdings, warum? Geisterkug. So ein Krug. Äh, neue Gegner, Feuergeist, teilt sich in zwei Feuerlinge, wenn er getötet wird, und die Feuerort Titan, teilt sich in vier Feuerlinge. Übrigens, wenn die, äh, du willst nicht in der Nähe von einem Feuerling sein, der explodiert. Der macht den... Ja, nimm mit. Wir haben die DLC gekauft, jetzt können wir sie auch in die verwenden. Weil, dann lohnt sich das endlich mal. Richtig. Helf, hatte ich nur eine wirkliche Falle mit? Puh. Nicht mal. Die Säurespritzer. Ich glaub, ich guck nach den ein, zwei Aufnahmen, guck ich mal ehrlich, was ich überhaupt gemacht hab vorher. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Nimm mal den Säurespucker noch mit, wa? Du hast ja fünf hier, du hast jetzt fünf Fallen. Ja, aber ich hab das Ding nicht mal geskillt. Nütz. Wer weiß, vielleicht... Auch, auch. Ja, vielleicht können wir den gebrauchen. Oh, wie funktioniert denn das hier? Kommen die direkt von zwei Seiten? Jep. Sieht so aus. Welche Seite kann ich denn besser die Zwerge platzieren? Es ist komplett gleich. Sind das genau die gleichen Seiten? Hier geht eine Treppe hoch. Hier geht... Geht die da auch eine Treppe hoch? Oder gehen die da runter? Hier geht die auch hoch, ja. Haben wir auch zwei Punkte, wo die hinlaufen können? Ja, siehst du auf der Karte oben rechts, mein Freund. Na, das ist das dann. Weißt du, wohin stelle ich die Zwerge ohne, dass die gleich abkratzen? Und selbst wenn sie abkratzen? Ich glaub, ich stell die hier hin. Jo, dann mach du da. Du schmierst das Wurst. Bam, bam. Welche Seite willst du am Anfang? Ich mach die hier. Okay. Oh, fuck, ich krieg schon die Zwerge. Oh, kann los gern. Jo, ich seh's. Ich musste nochmal irgendwie gebacken kriegen. Oh, ich hab jetzt im Prinzip falschen Waffen mit. Ja. Ah, wir gucken jetzt, was passiert. Ich hab's mit dem Mana-Trank nicht mitgenommen. Scheiße, stimmt. Ja, ist mir grad so aufgefallen. Ja, auch jetzt. Ich hab geguckt, wo das ist und dann hattest du gesagt, nimm noch die andere Falle mit. Ja, ich hab selber nicht mehr dran gedacht. Das letzte Mal ist auch echt ein bisschen näher. Oh, ein Feuerlord. Wir haben beide gepennt. Ja, passiert. Oh, haben die Feuergeister eine neue Grafik? Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob die ein Update-Konferenz haben. Im Trailer sahen sie auf jeden Fall anders aus. Jep. Ja, ich glaub, die haben ein Grafik-Konferenz bekommen, sind die ein bisschen mehr wie die, äh... Erdgeister, oh, fick dich. Och, so klar. Ja. Es war nur Feuergeister. Die machen mich so ein bisschen nervös. Oh, Gott. Hi, Schatz. Hi, Feuerlord. Wunderbar. Noch die vier Feuerlinge ausnehmen. Oh, um. Das Negative ist auch, wenn die sterben, ohne dass die, ähm, durch Damage gestorben sind. Kriegen wir kein Geld für die. Ja, das... Und weißt du nur noch, was die aktive vom Wächterschmuck war? War das mehr Heilung auf einmal? Wiederbeleben. Also alles, was von mir gestorben ist? Ja, alle Zwerge, die gestorben sind, werden automatisch wiederbelebt. Ist total praktisch, dieses Trinket. Danach, danach haben die Fans verdammt lange gefragt. Ja, wunderbar. Yep. Vor allem wegen Endlos. Jaja. Deswegen ja, dann kann ich endlich meine Zwergenpala die Bogenschütztaktik spielen. Ja. Und dann einfach nur Barrikaden und Brust voll hinlegen. Hm. Oh! Da kann ich gar nicht meinen Ice-Charm einsetzen. Ich bin auch so gewohnt, dass ich noch die Magier spiele. Oh, ich brenne noch. Ich habe vorher nämlich nochmal ein bisschen mit Schattenborn gespielt. Da habe ich mal Sorceress gespielt. Oh. Ist mal cool, nicht nach drei Schlägen direkt tot zu sein. Wie handelst du das? Nimm mich weit weg, stehe und zuhörig. Ist ja quasi wie ein LOL. Oh, das dürfte ein neuer Fahrrad. Aber da lasst du den noch. Ja, stimmt, stimmt. Da drückt sie auf uns immer noch die rechte Maus, das ist es. Bam. Und du vergisst deine aktivierbaren Alten seinzusetzen. Explodieren die so roten Viecher? Ja. Ja, hab ich dir gesagt, explodieren. Hab ich dir vor der Aufnahme noch gesagt? Flo, die explodieren übrigens. Oh, okay. Oh, explodieren die? Ja. Zweite Sekunden später. Oh, ist! Die Schonzahl ist vorüber! Hast du irgendwas? Irgendwas möchte ich doch. Hast du irgendwas in deiner gesamten Schulaufbahn mal gelernt? Nicht zuzuhören. Was? Was ist ein Lerneffekt? Ich weiß nicht, kann man den ehemaligen Physiklehrer fragen? Ich habe gelernt, Informationen, die die Überraschung zu verderben als gefüllt hat. Oh, wie nett von dir. Deine Mutter ist wahrscheinlich... Nein, deine Mutter ist stolz auf dich, ja. Ich kenne sie ja. Ich kenne seine Familie. So, Vorkomm. Ja, ich habe neul Jahr mal keine Freunde, da gehe ich da hin. Ah, dein Bruder traut sich aber nicht. Nee. Verstehe ich gar nicht. Dabei seid ihr alle eigentlich ganz nett. Nein, sie sind wirklich nett, doch. Ich bin bis jetzt im Leben zurückgekommen, das ist, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass sie irgendwie nett sind. Axel, so. Wobei das auch ein bisschen unglücklich formuliert war, oder? Was? Gut, dass das seine Mutter nicht guckt. Haha. Ich glaube, dass sie aber YouTube ist. Das traue ich ihr noch zu, du musst ja auch mal was beibeln. Na, die ist ja auch resistent. Gut, dass mir da gerade niemand eintritt, der sonst nur lernresistent ist. Sagst du ja so. Abgesehen von mir, ne? Ja, ja. Oh mein Gott. Mehr Geld? Ja, mehr Geld. Boah, ich sag dir, es ist im Endless so wichtig. Mehr Knete. Ja. Vielleicht noch etwas hiervon? Bann. Irgendwie ist die Karte mega einfach. Boah. Ja. Erinnert mich an Treppauf, Treppab. Ja. Und ich hab ja im Prinzip nur Frostfallen geplatziert und zwei Zwerge. Und du bist trotzdem OP. Oh, so ist das halt. Oh, so ist das halt ein Leben. Manchmal bin ich sehr OP, manchmal bin ich viel zu viel OP. Treffer-Serie. Oh, super. Bamm. Sterbitt. Oh, cool. Da sind direkt die Feuerlänge mit den Eisfallen abgenippelt. Bamm. Ich frag dich erst gar nicht, ob du klarkommst. Ich weiß, dass du das irgendwie regelst. Oh, oh. Du brauchst gar keine Mana, Trinke. Nö. Ich kann auch so genug Spam. Das dürfte ein neuer Rekord sein. Machst du da so lang. Ich brenne. Tust du gar nicht. Sieht gut aus. Ja, ich diskutiere mit jemandem, ob er brennt oder nicht. Du kannst ja auch nicht brennen. Du hast keine Gefühle, du kannst nicht brennen. 1A Commentary. Nein, das machen wir nicht. Ich weiß, worauf... Warum machen wir das nicht? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin... Problem damit? Lass mich mal so sagen. Nach einer Klausur hinter mir eigentlich... Homponionionionionionion! Homponionionionionion! So sehen übrigens unsere ganz normale Unterhaltung aus. Oh Gott! Ne. Aber ich hab doch das eine LoL-Game aufgenommen. Das haben wir da am Anfang gemacht. Oh mein Gott. Das muss ich immer noch rendern und mal hochladen. Oh Gott. Hi, Foyi. Ja, Foyi. Hey, Raggi, alte Geule. Oh Gott. Sterbitt. Nein. Warum sterbt ihr nicht? Nicht hochgehen, da krieg ich kein Geld. Ich hab so ein paar Pfeilfallen gebaut. So ein paar. Oh, ich geh. Ich kann mal eben zu dir rübergehen und mal bei dir gucken. Dann seht ihr das auch, was er macht. Oh. Dieser Weg wird ein Weitersein. Lang und frostig wird er sein. Mhm. Aber jetzt kommen so viele große, sammlich wird's ein bisschen lästig. Ja, gut, dass ich grad hier hingegangen bin. Oh. 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 Wenn ich wusste, die Zwerge auch mal was machen. Was? Hast du langsam nicht streiken, ist mir alles recht? Oh Gott. So viele Scheißlinge. Kacke. Ey, Scheißlinge. Scheiß, 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 Scheiß. Was? Ja. Jetzt stirb. Juhu. Oh, wenn neun von neun. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird Spuren hinterlassen. Ich mag mein Trinket. Magst du jetzt auch? Ja. Ist halt einfach absolut genial. Aber ist eigentlich mehr der Fall, wenn man das Level auch unter Kontrolle hat. Aber das kann man besser planen. Yep. Was? Eine Güte, ich brauche mal ein paar mehr Gegner. Werge langweilen sich. Ich habe gar nichts zu tun, die Gegner kommen gar nicht um die Ecke gelaufen. Kommen sie gar nicht bei dir um die Ecke? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiß doch. Nein, Scheißlinge. Die haben mir jetzt das Element gewechselt. Ja, den Klackbrauen oder was? Ja. Ja, quasi Erdlinge. Nur mit weniger Erde. Mit deutlich weniger Erde. Ja, okay, mit gar keiner Erde mehr. Ich formuliere es extra für dich um, damit du dich nicht einkackst. So. Und trotzdem machst du es, ich kenne dich. Ja, ja. Mindestens schon seit vier Jahren. Ja. Nein, wie lange kenne ich dich jetzt eigentlich schon. So lange. Kannst du mir sowas auch mal... Juhu. Oh, was kann ich... Hör, dance. Uh, ich... Jetzt habe ich gar nicht den sexy Hintern in der Kamera. Oh, fünfmal. Oh, wem wundert's, ey. Wir beiden haben einfach Skill. Habt's auch keine Ahnung, was ich mache, aber es funktioniert immer. Ist der Scheiß auf die Säurefalle. Ich nehme nächstes Mal den Mahnattrakt mit. Ja, solltest du mal. Jo, okay. Tadet. Das war... Ähm... Feuer und Wasser 1. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Swordi. Und... Der andere. Gar nicht. Woll! Sei! und und